Ich darf zur zweiten Runde einläuten, möchte vorher kurz noch was dazu erzählen. Seit zwei Jahren, jetzt fast, haben wir einen Austausch mit einer Schule in Brasilien, in San Salvador, Bahia. Und wir hatten letztes Jahr schon, vielleicht der eine oder andere erinnert sich, einen Austauschstudenten aus Brasilien hier, in Walney, und hatten den Philipp Stable da hingeschickt. Dieses Jahr ist Paolo Lima hier und wir haben von uns aus diesmal zwei Leute hingeschickt. Einmal den Christoph Scherer, der jetzt auch gleich in dieser Band zu hören sein wird, und die Ellen Mayer, die zurzeit noch in Brasilien ist. Und Paolo ist eben noch hier und hat heute Abend seinen Spot hier bekommen und wird mit seiner Band The Grooving Souls auftreten. Also, ein großer Applaus, Bühne frei für Paolo Lima und The Grooving Souls. Aplausos Aplausos Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.